Hallo und herzlich willkommen zu diesem YouTube Video, Basti und ich spielen heute wieder um 12.000 Dollar Minecraft. Juhu, ich hab richtig Bock. Herzlich willkommen. Auch hallo, hier live aus dem Internet-Café, meine Damen und Herren. Ich hab mich heute mal dazu entschlossen, aufgrund der Vorkommnisse letzter Woche, dass wir eventuell was ändern sollten. Basti, was war denn letzte Woche? Ich kann mich gar nicht dran erinnern. Raus da, raus da, Kevin! Um es nochmal zusammenzufassen, was der Kevin auch sehr lieber am Ende gesagt hatte. Wir haben gesagt. Ja, meine Reaktion war, dass ich nächsten Tag erstmal eine neue Leitung bestellt habe. Die kommt auch demnächst. Aber jetzt wird erstmal bei meinen Eltern in Minecraft Money gespielt. Ich bin jetzt extra bei meinen Eltern, um hier zu streamen. Hier habe ich stabiles Internet, hoffentlich. Vielleicht gibt es irgendwelche anderen Probleme. Aber ansonsten spielen wir heute wieder um 12.000 12.000 Dollar. Ja, vom Prinzip. Ich glaube, das Prinzip habt ihr letztes Mal verstanden. Das war das letzte Mal halt so aufgebaut, dass es halt sau viel Survival Games gab. Sechs aus neun Runden waren Survival Games. Heute gibt es nur zwei Runden Survival Games und dafür noch mehr Variety. Dementsprechend wird es auf jeden Fall ganz nice. Kevin, was kichst du so? Findest du das nicht professionell, wie ich hier gerade mein Intro aufbaue? Bro, mega professionell. Nein, unser Ziel muss sein, heute eine bessere Performance als letztes Mal zu haben. Okay, Real Talk. Du machst jetzt einen Call, was wir mindestens erreichen wollen. Wir kommen auf die obere Hälfte. Also, dass wir Platz 1 bis 10. Ah, easy. Hä? Das ist zu einfach. Was, die Jungs? Das macht mich so sauer, Jumie. Top 5 ist halt krass. Wäre schon cool. Wir sind ein Team, Kevin. Wir müssen jetzt zusammen kooperieren und zusammen funktionieren. Verdammt. Wir sehen gut aus, Bro. Komm heran. Ja, wir sind bei mir zwei Steves. Bruder, Monk, erst mal Minecraft ist gerade im Hintergrund gecrasht. No way, blu. Das geht gerade los. Andere Probleme? Aber es ist vorhin die ganze Zeit nicht gecrasht, als wir uns 14 gespielt haben. Ich benutze halt oft, wenn ich zu Hause bin, kein Deo, weil ich finde es halt super unnötig zu Hause. Nein, hä? Hä? Also, halt Real Talk. Ich finde, Schweiß, also wenn das jetzt halt so, sag ich mal, frischer Schweiß ist, ist es jetzt nicht grauenhaft. Okay, direkt oder gehen wir erst in die Mitte? Wir gehen nicht Mitte. Halt die Augen offen nach Kisten und einfach gut luck. Warte, wo bist du? Bist du hinter mir? Hinter dir, straight hinter dir. Ich habe eine Holzaxe. Ich laufe noch ein Stück weiter nach rechts, ja? Ja. Dann weißt du es nicht. Oh, ich werde angehört. Ja, lol, was hat er denn? Lol, holy shit. Kevin, du... Wait, what? Bruder, ich habe es halt wirklich nicht mitbekommen, aber... Wir müssen Clay direkt farmen, Gold... Clay mach ich, mach ich. Ja, ein Ende Auge und acht Obsidian. Ein Ende Auge? Äh, wir brauchen das dunkle Holz, direkt dunkles Holz hier. Kevin, am Anfang direkt das dunkle Holz hier farmen, okay? Was ist das hier am Spawn? Ist das hier ein Nether oder was? Oder was soll das hier sein? Es gibt ein Endportal auch, du kannst da eine Enderpern holen. Wir holen jetzt erstmal Holz. Ich hole hier direkt mal Flint. Ich habe Flint direkt. Hallo, hallo! Jungs, Alter, haut ab. Raus hier. Ich habe eigentlich das erste Item. Nein, das ist das falsche Holz. Das ist doch... Oh Gott, hier sind so viele drin. Holy shit. Hey, Bruder, man darf doch sterben, oder? Ich hole aber erstmal Gold. Es ist... Wir sind keinem Team. PP-Galter, no joke. Bruder, drauf geschissen, alright? Wir motivieren uns jetzt einfach und machen weiter, bro. Das ist jetzt Hashtag Aufholjagd. Guck mal, wir sind nicht Letzt. Das Ding ist jetzt, wir machen das Beste aus dem Rest, was wir jetzt hier haben. Das ist Bikini Bottom, dude. Wenn du der erste bis der Button findest, kriegst du 10. Wenn du der zweite bis dritte, vierte, fünfte bis knapp, so fünf Punkte. Mehr als zwei werden hier nicht drin sein, denke ich mal. So's ab. Du musst dich auch manchmal anscheinend auf Häuser drauf blupsen. Ich glaube, ganz oben ist noch was. Schon? Oh mein Gott. Als ob man jetzt hier trappt ist. 300 IQ? Was hast du gerade? Wo ich schon drin war, dann willst du ja auch nicht wissen. Ja? Ja. So eine... Ey, ich glaube 61 ist ziemlich gut, to be honest. Ich glaube, damit sind wir auf jeden Fall nicht im unteren Drittel. Ich glaube, das sind wir vielleicht im Mittelfeld. 93 Button hat jemand gefunden. Naja, aber die haben gewonnen. Brüder, Platz 10! Ja, Attacke! Junge, let's go! Jetzt Parkvogels. Kann man das ausschalten? Mann, ich spiel schon so auf übersicher und dann so dumm. Hä? Hä? Junge, Alter! Krieg hier gerade die Kräfte. Junge, ich könnte... Oh mein Gott, macht mich das sauer. Oh, nee! Es tut mir auch ganz doll weh, was hier gerade passiert. Boah, Bruder, ist... Junge, gib mir einfach Speed 0 und ich bin einfach good to go. No! Junge, es macht mich so sauer, wirklich. Schon vorbei? Äh, ja. Oh, jetzt kommt Skywars, Bruder. Oh, Bruder, da habe ich keine Chance. Skywars muss so durchcarryen jetzt, Bruder. Ich glaube so an dich, Ding. Ich gehe direkt. Ja, ab. Lava-Eimer, warum hast du den nicht genug? Weil ich nicht mit Lava-Eimer spiele auf dem Server. Also NA, Bruder, ist halt ein bisschen... Ich geh ran, ich geh ran, ich geh ran. Ich hatte eine Enderperle. Ja, same. Bruder, oh Gott. Sorry, Basti, oh mein Gott. Lava-Eimer, warum hast du den nicht genug? Hier, hinter dem Wasser, hinter dem Wasser. Hab den. Schön, hier bei mir. Ich kann leider wegen dem Wasser einmal. Schön, schön, Junge, schön. Bei Captain Sparkle ist das auch. Oh Gott, ja, ja, okay. Nice, schön, Basti. Schön, clean. Da oben sind noch welche? Nee, erst Regenierin, weg, weg. Routine, Routine, Routine. Nicht rauf, nicht rauf, Damm-Pfeil. Ja, 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 ja. Hier ist Skeppi, pass auf. Ich brauche Hilfe, Basti. Der nimmt mich, der nimmt mich. Der hat ein Dierschwert. Ich bin ein halbes Herz, Bruder. Nimm ihn, nimm ihn. Er ist low, er ist low, jetzt spiel. Ich würde nochmal ein bisschen... Und wie gesagt, ich würde mit Enderperlen immer direkt ziemlich schnell rushen. Aber vorhin hast du halt nicht kommuniziert mit mir, du musst halt sagen, wenn du die Perle wirst, weißt du? Ja, ja, ja. Alright, lass mal hier die Kisten aus, vielleicht kriegen wir die noch. Wobei, Spawn ist halt safe gelootet. Okay, ich muss kurz was essen. Da ist Captain Sparkles und stuff. Okay, weg da, weg da, weg da. Die sind da. Das sind Diaboots. Oh, wuhu. Ich hab's nicht mehr angezogen, Bruder. Ja, ja, alles cool. Sonst ist auch noch einer. Hab einen geholt. Bin aber tot. Sorry, wir haben die Taktik diesmal anders gemacht. Ich lass die hier, äh, Goldplatte. Hab Eisenschwert. Ich hatte Enderperle. Ich hab keinen, ich hab immer noch Holzschwert. Die erst abbauen. Oh, lol. Oh mein Gott. Kevin, komm zurück. Ich hab ne Eisenspitze. Ja, 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 ja. Ich hab ne Eisenspitze. Oh mein Gott, komm zurück. Das muss ich von unten nochmal absichern. Pass auf. Dude, holy shit. Bro. Basti, du. Ich hab drei Dias. Deswegen spiel ich den Shit mit dir. Hier ist noch mehr. Ich baue schon mal rüber, ja? Ja, soll ich die Diasachen jetzt erstmal anziehen, oder was? Ja, ja, ja. Hier, Bruder, bei mir. Komm mal. Diaschuhe, nimm die mal raus, Bruder. Ja, 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 ja. Exküß, die mit Diaschwert. Kevin. Bin spät. Nice. Schön, 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 schön. Oh, hier Technoblade. Kevin, Kevin, weg. Alles cool, alles cool. Okay, die gehen weg. Lass die weggehen. Da war ne Eisenspitze. Ja, egal. Lass erstmal die Easykills holen. Win, 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 win. Ich schneide den Weg an. Okay, schön. Hat noch ein Hitlruck passiert? Jetzt kannst du Bogen schießen. Nice, nice, nice. Schön, schön, schön. Das ist halt so kacke, dass... Okay, Technoblade will. Wall up, wenn du irgendwie... Und rein. Okay, ich komm super spät. Ich geh auf Techno weiter. Schön, schön, schön. Weg, 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 weg. Hinter mir, hinter mir, hinter mir. Kevin, lauf. Snowball. Das sind nur noch zwei Solos. Zwei Solos und wir als einziges Team. Oh, sorry. Kevin, ey, ich bin auf zwei AP. Watch das, dass die halt nicht uns killen. Also, dass die sich abblingsen. Kevin, nicht wall up. Kevin, wenn du... Wie viel HP hast du? Fünf Herzen, fünfeinhalb. Ja, dann geh nicht so offen rein. Er kommt zu dir, er pusht, er pusht. Ich komm zu dir. Nein, du musst dann rauf. Okay, okay. Nice, schön. Oh mein Gott, was ist der Link? Solo. Der andere kommt? Ja, dann jetzt rauf. Ja, bin spät. Okay. Hast du einen Bogen? Hat nicht. Weißt du, warum wir gewonnen haben? Wegen der Eisenspitzhacke. Ja, Platz 9 immer noch. Nice. Wie viel zum Platz 8? Fünf Punkte zum Platz 8. Noah, PP. Der Captain Sparkle ist gerade in der Ecke da. Ich bin schon letzte Ebene, Alter. Ja, same. Was ist das denn jetzt auf einmal? Junge, holy shit. Es gibt einfach so eine Bombe. Nein, ich bin dumm, Kevin. Ich bin... Ah, der Sprung. Das ist... Basti. Oh, du 31er. Sorry, Bro. Du 31er, ich schwöre. Irgendwann hol ich dich. Raus. Ich schwöre, ich bin nicht runtergefallen. Das muss ein Leck gewesen sein. No joke. Ja, ja, mich... Alles gut, nimmst du die Runde einfach dafür. Hol dir, was dir gehört, Basti. Komm, zeig was. Mann. Hast du's gesehen? Ja, ja, war ein bisschen belastend von dem Grün. Wir sind aufgestiegen, Bruder. Nein. Oh, aber deutlich. Ja, also die anderen unter uns, wir sind Achter jetzt. Wirklich? Ja, ja, also fast 30 Punkte, also... Basically, das, was wir halt mit Kid PPP hatten, aber jetzt halt 35. Aber es geht einfach nur darum, dass du so viele... Also, wer als erstes 35 kills hat. Äh, ist es verrippt dann, oder wie? Achso, nee, dann... Du kriegst den irgendwann später nimm wieder. Ja, ja, alles klar. Dude, what the fuck? Joink. No! Oh, Bruder, ich spiel da nicht gut. Ich treffe, aber auch nix. Einfach ein bisschen holen. Dicker, no way. Bruder, ich treffe nie. Oh mein Gott, XL, das ist absolut awkward. Aber ich habe auch... No excuse. Kevin, wir haben die Hälfte, by the way. Ich habe davon, by the way, 14? Du hast vier Kills? Bro, ich, 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 ich. Jetzt go, jetzt push dich. Ja, Junge, ich push dir. Hä? Was ist das denn? Wir brauchen sechs Stück noch, sechs Stück noch. Ja, jetzt will ich connecten hier, Bruder. Bruder, lauf doch weiter, du Kinn. Mann, uns haben drei Stück gefehlt. Mann, Junge! Let's go, siebter Platz. Komm. Sondern die machen erst Eis und dann... Boah, Eis ist ja über, ey. Da bist du ja schneller drauf, oder? Ja. Boah, aber langsam wird es ein bisschen enger, ne? Mhm. Aber wenn keiner was macht, stirbt auch keiner. Oh, ich bin tot. I'm dead. Aber wir sind beide Top Ten, Bruder. Wir sind beide Top Ten. Oder die dritte Runde? Das ist die zweite, Bruder. Ich bin instant runtergefallen, ne? Oh, rip. Ich hab'n Kill. Ach, du Schnecht, Alter. No joke. Noch'n Kill? Ja, ja, ich geh' auch mit auf den. Ja, ich bin... Ich bin tot. Bist du runtergefallen? Ich bin tot, Bruder. Ich hab' leider nen ganz unlucky Shot. Ich bin so aggressiv gegangen. Waren wir nicht vorher 8er? Ne, wir waren vorher auch super. Okay. Wie viel müssen wir noch bis zum nächsten? Oh, bis zum nächsten sind's 111 Punkte. Gehen wir für Mitte diesmal, ja? Ja, auf jeden. Wir müssen's jetzt machen. Wir haben nichts zu verlieren. Wir werden nicht überholt und der nächste ist halt auch ziemlich unwahrscheinlich. Ja, wir müssen, wir müssen full ham gehen, oder? Das ist die einzige Möglichkeit, was uns hier noch was bringen würde. Dreh dich in die andere Richtung, dass die denken, dass du zur Map läufst, also dass du zu den Häusern läufst. Unteren du, ich obere. Okay, hab' bisschen was. Ich lauf' nach hinten weg, da wo wir herkommen. Warte, 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 hier im Haus. Steinschwert, ich hab' ne Waffe. Die sind gesplittet. Wir kriegen' den ein und dann... P-P-Gamu. Warte, ich werfe nen Schneeball, dann ist er geslowt. Ja. Kevin, ich brauch' deine Hilfe. Ich bin super spät. Ich hab' ihn, ich hab' ihn komplett gefloorlust. Nice, schön. Kurz essen. Ich will zwei Hits reinknacken. Ja, schön. Dritten ist down, ist down, hab' ihn. Ich nehm' Speed. Hab' einen Hit. Bruder, ich bin auf den linken. Kommst du mit? Ja, ich bin hinter dir. Ich bin ganz close hinter dir. Nicht schießen. Ja, alles cool. Hab' nen Schneeball auf ihn. Sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch. Auf, auf Bord hängt. Dein Kollege versucht, Fight-up uns zu bauen. Jetzt kannst du schießen. Jetzt kannst du schießen. Hab' ihn? Schön, nice. Hab' ihn? Weiß ich, hab' ich verloren, was ich schwere. Kevin. Kevin, wo bist du? Alles cool? Sein Bruder, du musst callen, wenn du fightest. Alles cool, den hatte ich irgendwie. Ja, aber trotzdem callen. Sehr schön. Ist einer P, ist einer P. Oh Gott. Tschö. Alright, Bruder. Es ist zwei Solos. Nein, pass auf. Das ist jeweils ein Solo. Lass, geh weg von den Solos. Pass auf, er wird clean. Ja. Käpt'n zwar, jetzt hab' ich. Hab' ich. Ich brauch' Backup. Ich schieße ihn zu denen, sorry. Ich bin auf'n halben. Hab' ich. Schön, Kevin. Wichtig. Wir sind die Gelds, Junge. Schön. Platz sechs. Platz sechs, Junge. So verdient, ich schwöre. Platz sechs ist stark, Bruder. Boah, Junge, heftig. Ey, dafür, dass wir die ersten beiden Games, also... Oder Real Talk, es wäre Platz fünf oder besser gewesen, hätten wir am Anfang nicht gechockt.